Oh, ist schön! Ja, ist schön! Wir haben hier eine Frau von Zuschauern und das kommt gut an. Gerade immer, wenn die Kinder reinkommen, sind sie immer wieder rumschauen. Man hat festgezahlt und verkannt gegeben als Attraktionen. Man muss ja immer ein bisschen mit den anderen. Ich kann nicht so arbeiten. 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 Ich bin natürlich am meisten von den Gregory-Leibungen. Ich bin ein sehr Business-Leibungen. In Deutschland ist es ein sehr feinerer Josef. Aber die Suppe macht die Suppe eigentlich.